ich habe gewonnen sehr gut der macht so einen Schaden der macht zwei Schaden der macht an der Sonnenblume gar keinen Schaden aber mein Delfintyp was Joa hallo servus und hab er jetzt in der Runde Plans for Zombie Series wir spielen heute Multiplayer auf der Zombies Seite nur was für ein Zombie wir haben jetzt schon hier 3 zur Auswahl ich find's so krass unterscheiden sich die alle eh nicht jetzt wirklich ähm ich würd mal sagen wir nehmen einfach mal den Disco den Disco Baloo glaub ich heißt er oder Electric Baloo Electric so dann schauen wir zu schnell unser Team an was wir da alles einstellen können wenn wir eventuell rausnehmen wenn wir eventuell reinnehmen oder ob sie passt wie es ist ähm das nehmen wir eindeutig mal da nehmen wir das 1 raus das finde ich nicht so gut ich zeig euch übrigens was das kann das schadet einfach nur einer Pflanze ein Leben und ein Schadenspunkt nicht jetzt so der Overhit ähm ähm was nehmen wir das sonst tun was haben wir zu viel was haben wir zu viel nehmen wir die Granatur da mal 2 raus da nehmen wir auch wohl der ist gleich 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 so schlecht was kann der äh einfach nur 4 Schaden einleben ja äh das nehmen wir auch ein Stück raus der ist ganz gut und sonst noch ja nehmen wir das auch noch mit den nehmen wir auch mit und ein Stück können wir auch nehmen da nehmen wir ja gar nehmen wir trotzdem noch so eins mit wie heißt das eigentlich Nibble alles klar Superpowers was nehmen wir da mit ähm ähm Destroy a Damage Plant äh das ist scheiße das kannst du vergessen aber das wollte ich einfach nicht so machen das nehmen wir mit der Falle Fälle und was ist das oh ja das nehmen wir auch mit ah eins haben wir noch was ist das äh ne das heilen das finde ich nicht so gut ja egal nehmen wir trotzdem eins von dem mit Schauen wir ob man ein gutes äh ne gute Gegnerin den guten Gegner finden es dauert manchmal ein bisschen so und wir sind da Electric Boogaloo gegen diese Feuersohnenblume ich weiß noch nicht genau wie sie heißt ich will mir ehrlich gesagt da kann ich die englischen Namen einprägen weil ich nachher bald auf deutsch spielen kann irgendwie nennen wir sie einfach Feuersohnenblume gut das jetzt wechseln wir voller Fälle mal aus hat sich genau gar nichts gebracht äh den Delfin lassen wir mal weil den kann man aufs Wasser setzen naja gut die erste den ersten Zug der der ist nicht so besonders ich kann dann maximal das einsetzen und das ist ja gut dann bekommt eins plus und eins plus das bringt sich in dem Fall mal gar nichts das heißt die erste Runde werden werden wir da mal mit einem Fluss aussteigen glaube ich außer die Sonnenblume kann auch nichts oder die Sonnenblume spielt gar nicht und hat einfach nur so aus Jux und Tollerei einfach mal ein Spiel gesucht und geht nach sofort wieder raus um mich zu trollen Applaus für dich liebe kleine Sonnenblume so wir sind in einem neuen Spiel wir spielen uns wieder gegen dieses Solarfire heißt sie was ich jetzt kurz gelesen habe ähm was nehmen wir hier jetzt das wechseln wir aus das ist zu teuer schon wieder sowas teures man bekommen nur teure Sachen ja wechseln wir aus ja ok gut wenigstens was wenigstens was was nur ein Hirn kostet sehr fein gut wenigstens spielt jetzt ok sie sitzt auch nichts alles klar ich kann auch nichts setzen gut erste Runde ist mal genau gar nichts aber ja was solls das jetzt ich gleich gleich mal ähm ist eigentlich egal wo ich sie hinsetze die hier setze ich her und das könnte ich auch noch her setzen da hab ich gleich mal ah das ist wenn ich das jetzt da her setze das äh bringt sich genau gar nichts weil die Pflanze setzt da bestimmt gleich was davor hin also um zu verstehen was ich jetzt grad vorhabe ähm das hier also ich hab jetzt zu Beginn schon mal ähm statt einem Schadenspunkt hab ich vier Schadenspunkte also drei plus das ist einfach für diese Klasse so und wenn ich das noch drauf setze hab ich nochmal drei Schadenspunkte und das bringt sich ja genau gar nichts weil die mich jetzt sowieso zerstört ich könnte da jetzt ah ich hab ne Idee aber das bringt sich genau in meinem Fall trotzdem nicht wirklich was ich könnte ihn zwar zerstören dann mach ich jetzt wenigstens vier Schadenspunkte einer Sonnenblume wenigstens was also jetzt hätte ich noch das einsetzen können dann hätte ich sieben Schadenspunkte gemacht und das ist auch schon ein starkes Stück gut ich hoffe ihr konntet mir ungefähr folgen was ich da so ungefähr vorhatte so den sitzen wir eindeutig mal aufs Wasser und hoffen dass die Pflanze mal keine Wasserpflanze hat damit sie den Schaden da abploppen kann oder so nicht mehr was oh sie hat ihn gleich zerstört alles klar und mich hat sie auch oh cool ich hab gleich die das Schild ja wieder ein ne ein Schadenspunkt bis ein Schadenspunkt ist kein Schadenspunkt schon wieder schon wieder den Delfin sehr fein da sitzen wir gleich mal ja gut ich kann eigentlich nur den Delfin hinsetzen ja die zerstört mich da ja die zerstört aber auch mein Delfin ah ja jetzt kann ich das gut hinsetzen sechs schadenspunkte ja er macht auch zwei Schadenspunkte das bringt ihm wieder gar nichts also 18 zu 9 für mich kann man mal so sagen die Gargantur ja ist jetzt meine Gargantur natürlich äh setzen wir mal hier hin setzen wir ihn hier hin warum nicht ich weiß nicht was der Stern macht Frenzy ähm ah ok cool wenn ich eine Pflanze zerstöre nein das zerstört jetzt nicht meine Gargantur oder was ist das für ein ich hab's nicht gesagt aber ich wusste was ich sagen egal ich bin das mit Führung wir hatten nur drei Leben äh ziemliche Anfänger ein Anfänger gegner wie es aussieht vielleicht da sitzt er ne kann ich natürlich nicht mehr ersetzen mhm er ist der Schlag 3 natürlich ja gut wir haben wir schon gewonnen wenn derzeit nicht der Vorsitzende gewonnen und so haben wir eigentlich glaube ich auch schon gewonnen äh ich glaub das finde ich ganz viel noch gar nichts was der Zeugat vorhört ja das wird ich mal trotzdem also scheiße okay gut wir haben noch nicht gewonnen äh destroy plants ja eine Pflanze zerstört ja das bringt sich in meinem Fall genau gar nichts eigentlich ja dass das eine pflanze zerstören fünf hinde braucht das ein bisschen krass aber ja von mir aus gut und jetzt noch setzen wir den daher da können wir wirklich alles jetzt sitzen das daher und das daher ich glaube nicht dass der irgendwas hinsetzen kann dass mich das noch abhielt zu gewinnen ja ich habe gewonnen sehr gut der macht oder einen schaden der macht zwei schaden der mutter an der sonne blume gar keinen schaden aber mein welfin typ nein was er hat jetzt genau jetzt das schild nein komm ich so willst du das spiel so lange in der ostzüge und du weißt zu verlieren ist junge 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 ich setze jetzt daher ist mir jetzt egal komm schon du weißt dass du verlierst das sieht man an deinem schönen gesichts ausdrück du weißt dass du verlierst ja gut jetzt hat er verloren zwei schaden ein leben noch und den resten macht als wenn der flieger und er ist weg sauber 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 nicht allzu gute gegner pflanze also ich weiß nicht wie die gegner pflanze ist aber dagegen an sich also der spieler und sich war nicht der beste war ein recht einfach spielzeug jetzt mal wieder ich glaube die kann pflanzen überleben was ich gehen lesen haben und dann was mit der heutigen folge plätze muss hier ist die nächste kommt dann in ein paar tagen oder nächste woche ich habe jetzt gefallen und ich hoffe ich freue dich auch schon auf den richtigen release von dem spiel wo man vielleicht nachher auch sich ausdrücken kann gegen wen man spielen kann irgendwie so er einfach namen eingeben kann so ein eigenes ja einen eigenen profil namen hat und so weiter das wäre cool dann kann man vielleicht auch so kleine machen und so man könnte da so viel reinpacken in das spiel ich freue mich schon sehr darauf ich hoffe ja auch bis zum nächsten mal und ciao